Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute auf Rainer Mausfelds Interview beim Westend Verlag. Das Interview trägt den Titel, sie dachten, sie seien an der Macht, dabei waren sie nur an der Regierung. Vorab ein Hinweis in eigener Sache. Bitte abonniert mich auf Odensee. Bitte abonniert mich auf Rumble. Die Links zu meinen Kanälen auf Odensee und Rumble findet ihr in der Videobeschreibung sowie in der Kanalbeschreibung. Ihr müsstet es also auf jeden Fall hinkriegen, mir dort auch zu folgen. Aktuell tun dies leider nur ein bis zwei Prozent meiner Follower, mich auch dort abonniert zu haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das in Zukunft werden steigern können. Deswegen verweise ich jetzt am Beginn und am Ende zumindest der meisten Reaktionen auf die Tatsache, dass ich auch auf anderen Plattformen aktiv bin, die uns unabhängiger von YouTube machen. Wir reden hauptsächlich über Macht. Das scheint mir ja die zentrale Kategorie zu sein, wenn wir auch über Demokratie reden. Ich glaube, es ist aber auch, sie widmen dem Begriff, der Kategorie Macht auch mehr oder weniger ein ganzes Kapitel hier und einen ganzen längeren Abschnitt. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, Hybris und Nemesis. Was hat es mit diesem Namen auf sich? Wie sind Sie darauf gekommen, dieses Buch so zu nennen? Hybris bietet sich an, wird ja häufig im politischen Bereich. Man spricht von der Hybris der USA, man spricht von der Hybris des Westens, man spricht von der Hybris von irgendwelchen Gruppierungen. Hybris ist eigentlich die Anmaßung, die Arroganz, die Verletzung. Hybris ist auch, wenn man tradierte Normen verletzt, wenn man gegen etwas verstößt. Es kommt natürlich aus dem religiösen Bereich, wenn man die Götter beleidigt, wenn man die Götter herausfordert, wenn man sich gegen die Götter auflehnt, im übertragenen Sinne dann auch, wenn man sich gegen die Natur auflehnt. Man verstößt gegen etwas. Hybris ist, wenn der Mensch sich erhöht in irgendetwas, was ihm eigentlich nicht zusteht und dann gibt es natürlich sozusagen die parallele Bedeutung dazu von Nemesis. Nemesis wird, es gibt verschiedene Bedeutungen, die es haben kann, wie alle griechischen Götter, die haben ja ganz viele Rollen, aber eine wichtig ist eben die Rache auf die Hybris. Wenn jemand Hybris begeht, dann kommt Nemesis und straft. Oder Nemesis ist nicht nur die strafende Göttin, sondern auch die ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn jemand die Gerechtigkeit verletzt, dann kommt Nemesis und sorgt wieder für Ordnung. Haben Sie da Hoffnung? Nein, aber die Wortkombination ist einfach gut. Nein, ich will da keine Hoffnung rein. Das ist ein ganz schwieriges Thema mit der Hoffnung. Nur die Hybris kann so nicht stehen bleiben. Die Hybris endet entweder in der Katastrophe, das ist dann sozusagen eine automatische Nemesis, nicht mehr durch eine Gottheit, sondern der Mensch verursacht einen Nemesis dadurch, dass er die Gesellschaft in den Abgrund führt. Das passiert dann automatisch. Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit. Er verstößt gegen etwas und er hat dann die Folgen zu tragen. In dem Sinne kann man auch im übertragenen Sinne dann von Nemesis sprechen. Aber das ist eigentlich in der Klassik ein Wortpaar, was häufig zusammengehört. Hybris und Nemesis ist der Verstoß gegen eine Ordnung und die Konsequenzen, die zerstörerischen Konsequenzen, die daraus erwachsen. Macht ist, wie ich schon sagte, in Ihrem Buch, in der realen Welt selbstverständlich sowieso, eine zentrale Kategorie. Wann fing man denn an, von Macht zu sprechen? Ist das sozusagen, oder ja, in dem Buch ist von der Entzivilisierung von Macht die Rede. Also sprich, Macht war irgendwie eingehegt und konnte sich aber immer wieder dann quasi, wurde wild und frei und brachte die jeweiligen Gesellschaften an den Rand im Prinzip des Überlebens, wenn man so will. Sprach man schon immer von Macht oder gab es andere Begrifflichkeiten, gab es andere Forschungen davor, so anders zu dem? Ich sehe es gerade, dass ich eben die ganze Zeit auf dem Kopf von Rainer Mausfit war. Das war jetzt nicht so glücklich. Ich stelle gerade fest, so viel kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich meine, Rainer Mausfit erklärt das hier relativ ausführlich. Naja, du kriegst da halt ein Reaktionsvideo mit etwas weniger Reaktionen. Ich hoffe mal, den Westend Verlag stört das nicht, wenn ich das Interview, wenn ich Mausfit hier relativ weitgehend ausreden lasse. Wie können wir es heute verwenden? Eigentlich ist psychologisch und natürlich auch soziologisch auf Gesellschaftsebene, ist Macht eine solche Grundkategorie in der Organisation menschlicher Beziehungen. Macht ist ja was Relationales. Jemand hat über jemanden Macht. Das ist so grundlegend, dass man eigentlich sagen kann, eine Gesellschaft ohne den Begriff der Macht ist so wenig denkbar wie eine Physik ohne den Energiebegriff. Das sind Fundamentalbegriffe. Die hatte man natürlich als Fundamentalbegriffe nicht immer so explizit, wie wir es heute haben. Aber sie waren eigentlich in allen Mythen, in allen Kulturen, in der chinesischen, in der indischen. Macht spielte eine ganz grundlegende Rolle. Denken Sie an Antigone. Creon übt Macht über Antigone aus. Wie löst man das Problem? Welche Normen kann er aufstellen? Gegen welche kann sie verstoßen? Was sind die Konsequenzen? Sobald Menschen zusammenkommen, entsteht das Problem, kann jemand seine Wünsche gegen einen anderen durchsetzen? Macht ist ja die Befähigung, dass ich meine Wünsche durchsetzen kann auf Kosten eines anderen. Und kann ich meinen Willen, das was ich möchte, einem anderen aufzwingen? Kann ich einen anderen meinem Willen unterwerfen? Das Problem entsteht immer, wenn nur drei Leute zusammenstoßen. Weil die jetzt, die müssen ja jetzt einen Ausgleich finden. Jeder hat verschiedene Wünsche, jeder hat verschiedene Bedürfnisse. Jetzt müssen sie einen Ausgleich finden. Wie machen sie das? Könnten sie jetzt ausdiskutieren? In einem, da gibt es so ein nettes Wort vom herrschaftsfreien Diskurs, das ist natürlich eine Fiktion, den gibt es nicht. Einer versucht immer zu manipulieren und seinen Willen einem anderen aufzwingen. Das sind ganz natürliche Tendenzen. Das heißt, eine Gesellschaft ohne das Konzept der Macht ist gar nicht denkbar. Die Frage ist, wann hat man es als ein Erklärungskonzept im Kopf? Das war aber auch schon sehr früh, das war auch schon bei den Griechen. Für die Griechen war Macht die Grundkonstellation zur Erklärung gesellschaftlicher politischer Phänomene. Das heißt, eigentlich ist es unmöglich, eine ernsthafte Erklärung gesellschaftlicher Phänomene ohne ein Tiefenverständnis von Macht und ein Tiefenverständnis der Funktionslogik von Macht. Wie sehen denn Dynamiken eigentlich aus? Von Widerstand, wenn einer Macht ausübt, löst er natürlich beim anderen sofort den Widerstand gegen die Macht aus. Also ohne Macht kann man eine Gesellschaft nicht erklären. Jetzt müsste man umgekehrt sagen, was das Eigenartige der heutigen Soziologie ist, dass sie den Machtbegriff aus der Soziologie fast entfernt hat. Der kommt eigentlich nur noch peripher vor. Es gibt keine Soziologie der Macht mehr. Es gibt eine Soziologie, die Gesellschaft des Zorns, die Gesellschaft der Identitäten, die Gesellschaft der Singularitäten. Ich studiere ja auch eine Sozialwissenschaft und interessante Beobachtung. Ich kann das jetzt aus der politischen Theorie zumindest so nicht bestätigen. Aber Mausfeld spricht ja gerade von der Soziologie, nicht von der Politikwissenschaft. Wir haben alle möglichen komische Dinge eingeführt und sehen die als grundlegend an. Man spricht heute, und das ist Kennzeichen für die Verwerfung oder für die Degeneration der Soziologie, dass Macht als Erklärungskonzept nicht mehr vorkommt. Denn dann müssen sie über Machtverhältnisse sprechen. Die sagen, die Machtverhältnisse gibt es ja nicht. Es gibt ja nur noch Rationalität des Marktes. Gehen wir nochmal sozusagen zu der Kategorie. Wie kann man denn Macht ausüben überhaupt? Oder wie kommt es zu einem... Verdammt, ich wollte mehr über die Soziologie erfahren. Wie gesagt, ich kann das jetzt aus der politischen Theorie so nicht bestätigen. Also nehmen wir mal, wie gesagt, ist jetzt nicht Soziologie, ist Politik, aber nehmen wir mal Theorie der internationalen Beziehungen, den Realismus. Also diese Theorie basiert nur auf Macht. Also diese Theorie kennt gar keine andere Logik. Diese Theorie stellt sich Staaten als handelnden Akteure vor, die versuchen, ihre Macht zu manikmaximieren und damit für sich selbst Sicherheit zu schaffen. Also wie gesagt, das mit der Soziologie, das hätte mich jetzt tatsächlich mehr interessiert. ...Machtausübung. Das könnte mir vorstellen, das passiert über Gewalt oder Gewaltandrohung. Ja, Macht ist die Fähigkeit, Gewalt auszuüben. Also so hätte ich es jetzt definiert. Brian, der Boss, schreibt gerade bei der Soziologie stimmt das. Ich besuche die meisten Sofi-Vorlesungen. Das ist interessant. Und Mausfeld erinnert mich an meinen alten Deutschlehrer. Wie gesagt, wie gesagt, ich studiere Soziologie nicht. Das finde ich jetzt schon sehr interessant, weil das in anderen Gesellschaftswissenschaften, wie gesagt, sehr viel anders ist. Die Andung des Entzuges von irgendeinem... Stimmt, aber der VWL ist das so. Da ist das mit der Rationalität des Marktes ganz extrem. Also da wird Macht als Erklärungsvariable auch komplett ausgeklammert. Und das VWL ist ja auch nicht so... Also ich dachte jetzt, Politik wären die ja an Soziologie dran als VWL. Also zumindest von dem, was du im Studium dran hast. Aber trotzdem, bei der VWL, da hat man ja überall diese neoklassischen Modelle, die Macht als Erklärungsvariable komplett ausschließen. ...einer etwas Guten, etwas Positiven, weil ich entziehe dir das, wenn du nicht so und so, auch inzwischen menschlichen, wenn Liebesentzug ganz klassischerweise ist, dann entsteht eben auch ein Machtgefälle. Gibt es weitere sozusagen Entstehungshintergründe von Macht außer Gewalt und Entzug? Oder ist das ganz vielfältig? Und das wäre jetzt... Das ist jetzt eine Frage, mit welchem Vergrößerungsglas. Wenn man ranzoomt, wird natürlich alles immer ganz differenziert sich aus. Aber genau wie Sie sagen, die ursprüngliche Kategorie ist natürlich einfach rohe Macht. Wer sich jetzt... Wer Netzwerke bilden kann oder sich Leute anmieten kann, Soldaten, und seine Truppen anmieten kann, der kann Macht ausüben. Das macht der normale Herrscher in der Frühgeschichte. Der hatte einfach seine Leute, die dafür sorgten, dass er seinen Willen durchsetzen kann. Das ist die Urform von Macht, nämlich repressive als Gewalt. Macht gleich als richtig rohe, als rohe ursprüngliche Gewalt. Die hat gewisse Nachteile, weil sie eine Gegengewalt erzeugt. Und deswegen war die erste verfeinerte Form, die sich anbietet, natürlich sozusagen psychologische Macht. Androhung von Entzug, Manipulation. Wenn du das nicht machst, dann ist aber das und das. Oder auch das, was man heute Soft Power nennt, ist ja gar nicht soft, ist ja auch ziemlich gewalttätig. Durch Überredung, durch Ideologiebildung zu sagen, der König ist jetzt nicht einfach nur als Aristokrat, von Geburt aus König, sondern der ist durch Gott eingesetzt. Wer den König angreift, greift Gott selber an. Das war die sakralen Königstümer im Altertum. Das war der erste Trick, mit dem sie sich immunisiert haben und Macht ausüben konnten. Und dann hatten die wieder Priestertümer gebildet, die sozusagen ihre Macht nach unten in die Gesellschaft fortsetzten. Das war, wenn man so will, der Beginn ideologischer Macht. Ideologische Macht dient ja gleichzeitig auch dazu, die tatsächlichen Machtverhältnisse unsichtbar zu machen. Man legt einen Schleier über sie, dass die Bevölkerung die gar nicht so richtig mitkriegt und meint, das ist alles Gott gewollt oder das ist alles ganz natürlich, das müssen wir hinnehmen. Diese Manipulationsmacht ist natürlich die, die für uns eigentlich am interessantesten ist, weil die heute 90 Prozent ausmacht. Die rohe Repression noch durch Geheimpolizei und Folter und Panzer durchzusetzen, die ist immer natürlich latent. Wenn das andere nicht mehr klappt, ist die immer latent abrufbar. Aber eigentlich versucht man es auf eine so subtile Macht auszuüben, so subtil, dass die Bevölkerung es möglichst nicht mitkriegt. Jetzt sagen Sie, und ich glaube, das ist auch eingängig, das Streben nach Macht ist gewissermaßen angelegt. Für Menschen erscheint es erstrebenswert, Macht auszuüben. Sage ich das richtig? Da ist was dran, das ist natürlich, wir sind natürlich in unserer evolutionären Kontinuität, Menschen sind biologische Wesen und wir schleppen natürlich einfach einen Teil unseres biologischen Erbes mit uns und wir gehören nun mal zu den Primaten. Und ein Teil des Primatenerbes ist, dass soziale Beziehungen tendenziell, muss man jetzt ganz vorsichtig formulieren, hierarchisch organisiert sind. Das ist bei den Affen so, das ist bei vielen sozial organisierten Tieren so, dass die hierarchisch organisiert sind. Und da natürlich für das Einzelindividuum Macht haben einen Vorteil bedeuten kann, wenn jemand die Macht hat, dem anderen Futter wegzunehmen, dann hat er auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass er überleben kann, dass er sich ernähren kann. Hängen Gier und Macht zusammen? Das ist eine interessante, müssten nicht, müssten erstmal logisch gesehen, müssten sie das nicht. Hängen Nahrungsaufnahme und Gier zusammen? Also hängen, das ist, Gier ist ja erstmal eine unabhängige Dimension. Gier heißt eigentlich, ich möchte mehr, als ich zur Sättigung eines Bedürfnisses brauche. Ja, aber weil sie gerade Fressen sagte, also der Fressfeind konnte, ich sage es jetzt in einfachen Bildern, die mir kommen, den Bären erlegen und damit seine Familie ernähren. Ich konnte den Bären erlegen und meine Familie ernähren oder es kann der Fressfeind. Darin könnte ja liegen, dass ich mir überlege, wie kann ich den überlisten, was kann ich mir sozusagen für eine Fertigkeit anlegen, damit der überhaupt gar keine Chance hat. Und auf dieser Überlegung heraus könnte doch dann eine Machtstruktur entstehen, dass andere merken, ich kann etwas, was ihr nicht könnt und jetzt müsst ihr das so machen wie ich will oder ich vernichte euch oder ihr verhungert oder wie auch immer. Und die Angst, nichts zu fressen zu bekommen oder dieses Element zu merken, wenn ich eine gewisse Fertigkeit ausübe, will ich den anderen überlegen, könnte zu dieser Gier führen, auch zehn Bären zu haben, obwohl ich nur einen im Winter konnte. Deswegen dachte ich, das gehört vielleicht zusammen. Da könnte man ja auch sagen, die Angst erstmal, die Angst, dass ich zu kurz kommen könnte, könnte zu einer Vorratshaltung führen. Ich lege mir mal drei Bären auf Halde für Notzeiten. Eine Vorratshaltung würde man aber nicht als Gier bezeichnen. Eine Gier ist ja eigentlich, mit die Hybris, ist ein Übermaß, ein Exzess über das funktional Nötige hinaus. Eine Gier ist ja schon etwas, was in Richtung Unersättlichkeit als Selbstzweck, ich mache etwas als Selbstzweck, das ist eigentlich die Gier. Ist die auch in uns angelegt, die Gier, oder muss da ein Element aus der externen Umwelt hinzukommen, dass so etwas wie Gier in mir entsteht? Wahrscheinlich, ja, müssen wir wieder ganz, ganz vorsichtig. Die Befähigung zu Gier, die ist in uns angelegt. Das muss man nicht viel argumentieren, weil wir wissen, die Befähigung ist da, aber nicht jeder Mensch entwickelt eine Gier. Und dann kommt Ihre Frage, was muss zum Aktivieren von Gier eigentlich passieren, dass irgendein natürliches Bedürfnis, egal welches, plötzlich unersättlich wird. Eine Gier ist ja das Interessante, eine Gier ist grenzenlos. Der Gierige wird niemals satt. Der Gierige wird niemals satt, genau. Wie muss eine Persönlichkeit entwickelt sein? Jetzt gehen wir tief in die Entwicklungspsychologie. Was muss schieflaufen? Denn eigentlich, wenn man satt ist, ist man satt. Bei Tieren, Tieren haben diese Gier nicht. Wenn die genug gefressen haben, dann legen die sich erstmal in die Sonne, bis sie alles wieder verdaut haben. Bei Menschen kann irgendetwas schieflaufen in der psychischen Struktur, was er dann kompensieren muss, oder automatisch, er muss nicht, das ist auch schon wieder falsch formuliert, Aber was er dann kompensiert mit etwas, dass er eine Persönlichkeitsstruktur entwickelt, jetzt können Sie wieder sagen, dahinter... Warum gleich schieflaufen? Warum gleich schieflaufen? Also Löwen, die leben nicht in so komplexen Gesellschaften, in denen es möglich wäre, ein solches Maß an Macht anzusammeln, was in menschlichen Gesellschaften möglich ist. Also es kann ja sein, dass die Evolution bei uns Menschen dafür gesorgt hat, dass wir bestimmte psychische Mechanismen haben, die uns, als wir in kleinen Gemeinschaften von vielleicht einigen Dutzend und dass einigen hundert Leuten lebten, die da ganz sinnvoll waren, die aber jetzt, wo wir in komplexen Gesellschaften mit Millionen Individuen leben, die da zu großem Schaden führen. Das kann ja sein. Also es muss ja jetzt nicht was schieflaufen, sondern... Ja, ja, also... Ja, aber lassen wir Mausfeld mal weiterreden. Seine Ausführungen zur menschlichen Natur, die finde ich hier an der Stelle schon interessant. Da steckt ja auch wieder eine Angst, die er nicht bewältigt kriegt, ohne immer zu raffen und zu raffen und zu raffen. Aber eigentlich muss man sagen, es ist eine Fehlentwicklung der Psyche, wenn jemand Gier entwickelt, muss man sagen, es ist eine Fehlentwicklung der Psyche. Wenn jemand ideale Entwicklungsbedingungen in der Kindheit hat, dann würde ich vermuten, ist es unwahrscheinlich, dass er eine Gier entwickelt. Also insofern muss von außen, genau wie Sie gesagt haben, muss von außen ein Trigger, oder nicht nur der Trigger, sondern auch eine psychische Fehlentwicklung da sein, mit der man sich dann stabilisiert, wenn man so will, das innere Haus, das Selbst, ist so fragil und so steht so wenig auf einem festen Fundament, dass man dann etwas Externes braucht, immer einführen, um zur Ruhe zu kommen. Und wenn wir jetzt setzen würden, dass diese Fehlentwicklung die Ausnahme ist, kann man wohl sagen, bedeutet... Wie gesagt, Mausfeld hat, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte, Psychologie studiert. Entsprechend vertraue ich ihm doch mal. Ja, das würde ja bedeuten, dass unser System solche Fehlentwicklungen, also zumindest laut Mausfelds Wort war gerade, bevorzugt. Also jemand, der gierig ist, der hat ja einen kapitalistischen Wettbewerb, wo es ja darum geht, immer mehr anzuhäufen und immer mehr Verfügungsgewalt über Produktionsmittel zu bekommen oder einen politischen Wettbewerb, wo es ja um die Akkumulation von Macht geht, einen Vorteil gegenüber jemandem, der nicht gierig ist, gegenüber jemandem, der sagt, so jetzt reicht es mir. Also das würde ja bedeuten, dass unser System gerade solche Leute, die schädliche Neigung haben, nach oben befördert. Ja, da hat Mausfeld sicherlich recht. Wie gesagt, er hat, glaube ich, Psychologie studiert. Also das hören wir immer weiter zu. Leute, dass doch gleichzeitig, dass die Zustände, die wir jetzt haben, also sprich, dass Macht eben vollkommen schamlos, grenzenlos ausgenutzt wird, viele Menschen deswegen sterben, darben und so weiter und so weiter, dass die meisten Menschen also in diesem Gefälle unten sind, ganz wenige eben an der Macht. Aber das sind Leute mit möglicherweise psychischen Defekten. Geht das zu weit? Geht Ihnen das zu weit? Naja, das würde einmal intuitiv naheliegend sein, aber es gibt dann natürlich eine Fülle von Untersuchungen, dass in unserer Gesellschaft Persönlichkeiten tendenziell eher in Führerrollen kommen, die eine bestimmte Disposition haben, eine Gier nach Macht zu haben und eine Gier zu haben, andere zu manipulieren. Man spricht ja auch, gibt es jede Menge Studien davon, dass die Filtermechanismen in unserer Gesellschaft für den Aufstieg in dieser Gesellschaft durch etwas bestimmt sind, was man die dunkle Triade nennt. Also Persönlichkeiten, die hochgradig manipulativ, Borderliner, Psychopathen, die andere nur nutzen als... Sind Psychopathen nicht bei Politikern irgendwie sechsfach überrepräsentiert im Vergleich zur Normalbevölkerung? Habe ich irgendwas in die Richtung mal gelesen? Und ist ja auch logisch, ist ja auch logisch. Also wenn du da, nicht bei Politikern, bei Wirtschaftsführern, bei CEOs von Unternehmen, da sind die, glaube ich, sechsfach überrepräsentiert. Ist ja auch logisch, ist ja auch logisch. Also bei Politikern ist das auch logisch. Also in einem Wettbewerb, wo es halt um Macht geht und wo du eine gewisse moralische Skrupellosigkeit benötigst, da hast du halt einen Wettbewerbsnachteil, wenn du diese Skrupellosigkeit nicht besitzt, sondern vor bestimmten Handlungen, die dir selbst zum Vorteil gereichen, zurückschreckst. Das hat ja auch schon Machiavelli festgestellt. Werkzeug als Spielball für ihre eigenen Bedürfnisse. Und diese dunkle Triade, die wird in der Psychologie dann auch gemessen, das sind eben verschiedene Persönlichkeitsdimensionen, die man messen kann. Und je höher sie in die gesellschaftlichen Führungsränge kommen, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie da Persönlichkeiten finden, die, wenn sie so wollen, Psychopathen sind. Und gehen sie in die Politik, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen, dann wird das sofort offenkundig, dann wird das eigentlich offenkundig, weil in der Politik gehört natürlich die Manipulierbarkeit, das Manipulieren ist das Gewerbe des Politikers. Es gibt übrigens ein schönes Tucholsky-Zitat, der sagt, Sie dachten, Sie hätten die Macht, dabei waren Sie nur an der Regierung. Ja, ja. Es öffnet aber noch mal ein anderes Feld. Wann war denn, wie sah es? Manipulierbarkeit wurde man Tucholsky selber als Verschwörungstheoretiker der Familie. In den Frühzeiten der Menschheit aus mit der Einhegung von Macht. Welche Instrumente hatte man dort zur Verfügung, Menschen oder jemanden in dieser lebenden Gesellschaft, der offensichtlich ein Übermaß an Macht hatte und die auch dem Gerechtigkeitsgefühl der meisten Menschen, das wohnt uns ja auch inne, ein Gerechtigkeitsgefühl, dann so übermäßig strapazierte, dass man gesagt hat, nee, so geht das jetzt nicht weiter. Können Sie das mal schildern aus der Historie? Wie ist da so ein bisschen die Geschichte gewesen? Das war eigentlich, wenn man sich überhaupt ein Bild machen kann, das wird natürlich immer dunkler, je weit wir zurückgehen, weil wir natürlich aus der damaligen Zeit keine schriftlichen Aufzeichnungen, keine Videos, keine Bücher, nicht sonst irgendetwas haben. Es gibt aber viele Indirekte, die Archäologie hat viele Methoden entwickelt, woraus man dann schließen kann, wie die in der Gesellschaft damit umgegangen sind. Das kann man aus Grabbeigaben schließen, aus wie egalitär waren Gesellschaften, wie hierarchisch waren Gesellschaften. Und da ergibt sich dann ein ganz bestimmtes Bild schon aus der Frühzeit, sagen wir mal vor 10, 15, 50.000 Jahren, aus den ganz frühen Gesellschaften, die sogenannten Jäger- und Sammlergesellschaften, die zogen rum und ernährten sich von dem, was sie fanden. Die konnten auch schon größere Gruppen bilden, von einigen Hundert, später auch von einigen Tausend. Und die machten jetzt kollektive Erfahrungen darüber, der Mensch ist ja ein Wesen, der ist eigentlich auf Gemeinschaft angewiesen. Der Mensch kann alleine nicht als Wolfskind sozusagen, alleine in der Wildnis nicht überleben. Das heißt, der Mensch ist ein soziales Lebewesen, ist auf Arbeitsteilung, auf Gemeinschaft angewiesen. Und jetzt machte man sehr früh die Erfahrung, und die wurde auch tradiert, eine Gesellschaft verliert ihren Zusammenhalt, und der ist überlebenswichtig für den Einzelnen, eine Gesellschaft verliert ihren Zusammenhalt, wenn Einzelne zu viel Macht anhäufen. Das ist eine der frühesten Einsichten, die man nachweisen kann, und die wurde tradiert. Man sagte, wir müssen, selbst in den kleinsten Verbänden, müssen wir uns gegen etwas schützen, wir müssen uns gegen Menschen schützen, die Emporkömmlinge sind. Was sind Emporkömmlinge? Emporkömmlinge sind Leute, die sich bereichern, materiell, aber auch Macht akkumulieren, auf Kosten anderer. Da gibt es eine gewisse Neigung, das ist genau wie Ihre Anfangsphrase mit der Macht, dass die Disposition dazu natürlich in uns angelegt ist, weil es bequemer ist, andere für seine Zwecke zu benutzen. Da muss ich nicht selber Holz hacken, sondern ich bringe die unter meine Macht, dass die Holz hacken und dass die auf die Jagd gehen, da kann ich zu Hause sitzen und Pfeifchen rauchen. So, wenn jemand jetzt diese Neigung zu einem Emporkömmling hat, dann macht er genau das, er versucht, andere zu verpflichten, er häuft Besitz an, bringt andere sozusagen in seine Schuld, und dann erkannte man, da fängt ein Prozess der Zerstörung von Gesellschaften an, wenn Einzelne Macht anhäufen. Und jetzt waren die unglaublich erfinderisch. Wie kann man verhindern, dass ein Einzelner sich Verpflichtungen in der Gemeinschaft schafft, indem er, wenn er mal ein dickes Reh erlegt hat, dann zerteilt er das und gibt das anderen, verpflichtet sie aber, bei der nächsten Bürgermeisterwahl für ihn zu stimmen. Das darf nicht passieren. Jetzt haben die raffinierte Tricks entwickelt, mein Lieblingsbeispiel ist das ja bei dem afrikanischen Stamm auf der Jagd, zu verhindern, dass der tüchtigste Jäger, der kommt natürlich immer in Gefahr, seine Beute, er kann sie ja nicht alleine aufessen, er verteilt sie dann, um Leute in seine Macht sozusagen zu bringen. Da hat man gesagt, okay, das müssen wir verhindern, wir tauschen vor der Jagd die Pfeile, die waren so markiert, dass man die zuordnen kann, und nicht der, der das Wild erjagt hat, kriegt die Beute, sondern der dem Pfeil gehört. Das war sozusagen ein Zufallsmechanismus, die Pfeile wurden per Zufall verteilt, und dann kriegte es, war vielleicht sogar der ungeschickteste Jäger, hatte aber den Pfeil, mit dem der geschickteste die Beute macht. Von welcher Epoche reden wir gerade etwa? Das ist 5000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Ganz früh. Und da wissen wir eben auch viel drüber, weil es manche Arten von Kulturen gibt, die bis eigentlich in die Neuzeit in solchen Jäger- und Sammlerstämmen überlebt haben und völlig von unserer Zivilisation abgeschottet war, wo man dann sagen kann, das ist eine Tradition, die fast unverändert über Tausende von Jahren ist, sodass sich diese Techniken heute noch in einzelnen Stämmen erhalten haben. Das sind so Techniken, die wirken egalisierend, die führen immer wieder dazu, oder nehmen Sie Potlash, die bestimmte Westküstenstämme, Indianerstämme in den USA, die die Tradition haben, wenn die Ungleichheit in der Gesellschaft zu groß wird, dann müssen die Reichsten ihre Hütte abbrennen. Dann wurde wieder egalisiert. Das heißt, die mussten einen Großteil ihres Vermögens verschaffen. Das ist ja krass, dass es unter Naturvölkern solche Mechanismen gab, um Gleichheit zu erzeugen. Und ja, also man denkt ja eigentlich immer, es wäre anders. Man denkt ja eigentlich, ja eigentlich müsste doch der tüchtigste Jäger das Beste nach Hause bringen, denn sonst hat er ja gar keine Motivation. Sonst hat er ja keine Motivation zu jagen. Das ist ja immer diese Argumentation. Wenn nicht alles streng nach dem Leistungsprinzip gegliedert ist, dann haben diejenigen Leute, die die meiste Leistung bringen, gar keinen Anreiz mehr, eben diese Leistung zu bringen. Und dass Naturvölker hier über Tausende von Jahren überlebt haben und wirklich Maßnahmen einleiten, die dem Leistungsprinzip zutiefst zu widerlaufen, wie das mit den Pfeilen. Also das ist doch dann sehr spannend. Aber hallo Sebi TV, ich sehe gerade, dass er im Chat ist. Oder das mit den Indianerstimmen. Also ich meine, das ist ja sogar eine Maßnahme, wo Produktionsmittel zerstört werden, wo einfach Besitz zerstört wird, nur mit dem Ziel, mehr Gleichheit zu schaffen. Also da sieht man auch, dass Gleichheit etwas ist, was Gesellschaften zusammenhält, wie Rainer Mausfeld hier gerade gesagt hat. Und das gilt tatsächlich auch für unsere heutigen kapitalistischen Gesellschaften. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist in Gesellschaften mit weniger Ungleichheit, wo die Reichsten eben nur das Dreißigfache von dem verdienen, was die Armen verdienen. Da ist der deutlich, deutlich enger als in Gesellschaften, wo die Reichsten das Dreihundertfache verdienen von dem, was die Ärmeren verdienen. Oder das, ja mittlerweile sind wir ja, wie gesagt, das ist jetzt nur Lohnhierarchie. Wenn du Kapitalisten nimmst, dann verdienen die ja unter anderem, also in Extremfällen das Millionenfache von dem, was einzelne Arbeitnehmer verdienen. Schenken oder verbrennen. Das war so tief in der Gemeinschaft als eine selbstverständliche Verpflichtung. Oder es gibt auch ein ganz schönes Beispiel, die Kultur des Schenkens, dass wenn einer etwas schenkt, dann ist der Beschenkte verpflichtet, größer zurückzuschenken. Das ist ein toller Trick. Dann gehen einfach die tausend Leute des Dorfes zu dem Reichsten und jeder schenkt ihm eine Flasche Whisky. Dann muss der Beschenkte, die sind tausend, der ist in Kürze arm. Also es wurde jede Menge egalisierende Mechanismen erfunden, sehr kreativ, um immer wieder das Niveau, die Spitze, die Spitze abzuschneiden. Es darf nicht passieren, dass Besitz und Macht akkumuliert werden, weil es langfristig die Zerstörung von Gesellschaft bedeutet. Besitz muss nicht zwingend bedeuten, dass Macht missbraucht wird. Ist das richtig? Muss nicht, aber die Beziehung ist relativ groß. Muss nicht, aber tendenziell bietet sich an, Besitz auch zu nutzen, um Besitz in Macht zu verwandeln. Es gibt allerdings, glaube ich, auch gar nicht so wenig Beispiele von Menschen in der Geschichte, die durchaus wohlhabend waren, ihre Vermögen verschenkt haben und sich in den Dienst der Gesellschaft, in den Dienst der Armen gestellt haben. Sind das versprengte Einzelfälle, die eigentlich keine Bedeutung haben? Ja, das ist ein schönes Märchen im Kapitalismus. Es gibt ja interessanterweise, Oligarchen gibt es ja nur in Russland, in den USA gibt es nur Philanthropen. Ein Philanthrop ist jemand, der irgendwie sich seinen Besitz zusammengeräubert hat. Denn die Frage ist natürlich, wodurch ist er so reich geworden? Ist er reich geworden, dadurch, dass er per Zufall eines Nachmittags auf eine Goldmine gestoßen ist? Dann kann man sagen, er hat einfach Glück gehabt. Oder ist er so reich geworden, dass er eigentlich schon andere übers Ohr gehauen hat? Der normale, oder der Prototyp des amerikanischen Philosophen Philanthropen Rockefeller war ein brutaler Geschäftsmann, bis er auf die Idee kam, damals die besten Marketingfirmen zu engagieren, zu sagen, Leute, macht doch mal aus mir eine Lichtgestalt. Das ist natürlich, das ist so ein schöner Trick. Jeder kann im Kapitalismus, wenn er nur Leistung erbringt, kann er reich werden und was Gutes tun. Das ist rührend, aber falsch. Ja, gut, aber es gibt, das ist jetzt ganz tief gegriffen oder ins Kontor gegriffen. Nehmen wir mal eine Gestalt wie Franz von Assisi. Er kommt aus einer sehr reichen, Familie, hat dann irgendwann alles weggeschenkt und hat sich dann tatsächlich in einem, ja, Ja, das ist ein großes Spektrum. Also es gibt, solche Fälle gibt es schon, wo es wirklich um eine geht. Ja, aber danach war er nicht mehr reich und seine Nachkommen, die wären dann auch nicht mehr reich gewesen. Also das ist ja das Ding. Du kannst deine ökonomische Macht abgeben, aber das kannst du nur einmal tun. Du kannst deine ökonomische Macht behalten und dann hast du sie dauerhaft. Also ökonomische Macht, die verstärkt sich ja im Kapitalismus selbst, als da die Kapitalrendite jetzt seit einigen Jahrzehnten schon systematisch über dem Wirtschaftswachstum liegt. Also wenn du ein großes Aktienpaket hast, dann wird das jedes Jahr fünf, sechs, sieben, acht Prozent mehr wert, ohne dass du etwas dafür tun musst. also, ja, und du kannst die Aktien natürlich alle verschenken, das Geld dann für irgendwelche wohltätigen Projekte ausgeben, ja, dann ist das Geld weg, dann ist deine ökonomische Macht weg. Und andere Leute, die das nicht machen, die haben dann eben den Vorteil, dass sie die Produktionsmittel, die du verkauft hast, erwerben können und dann noch mehr ökonomische Macht haben. Also ja, diese Einzelfälle gab es geben, aber sie ändern nichts an der systemischen Logik. Ehrliche Entledigung des Herkommens und des Besitzstandes. Das ist auch eine Reinigung. So etwas gibt es schon auch. Das gibt es auch. Das kann auch jemand als spirituelle Reinigung ansehen, zu sagen, ich möchte nicht durch die Verlockungen des Besitzes mein Leben bestimmt haben. Im Bereich des Menschen ist ja immer alles möglich. Insofern gibt es ein Riesenspektrum. Ist es denn prinzipiell denkbar, dass Macht nicht ausgenutzt wird oder ist es dann gar keine Macht mehr? Prinzipiell sozusagen logisch gesehen ist es prinzipiell denkbar. Nur die Verlockung oder die Versuchung, die ist natürlich da, wenn Sie die Möglichkeit haben, dass Sie den anderen zum Werkzeug Ihres Willens machen. Sie können sagen, graben Sie selbst den Garten um, um die Kartoffeln zu pflanzen oder machen Sie so und dann haben Sie jemanden, der das macht. Macht haben hat schon für den, der Macht hat verdammt viele Vorteile, weil er den anderen zum Werkzeug seines Willens macht. Es kann doch aber auch, also ich versuche, ich spiele hier den Advocatus Diamuli, es ist doch aber auch denkbar, dass jemand schon aufgrund einer gewissen Stellung seine Vorstellungen durchsetzt gegenüber anderen durchaus zu deren Wohle. Oder ist das auch Es gibt im Bereich des Menschlichen nichts, was es nicht gibt. Das kann sein. Ist das zu wenig erforscht, was bei denen, was dann in diesen Strukturen passiert? Eigentlich kann man auch davon ausgehen, dass im Grunde fast alles, es gibt nichts, worüber ganz viele Doktor, worin nicht ganz viele Doktor geschrieben werden. Und es gibt sicherlich Fälle, wo jemand aus irgendeiner hehren Motivation, vielleicht sogar im Bereich der Könige und Herrscher, wo jemand zum Wohle der Gesellschaft seine Macht einsetzt, vielleicht sogar in einem dialektischen Sinne, dass jemand durchaus auch brutal Macht einsetzt und andere zwingt, wo man dann sagen kann, aber auf Dauer hat er letztlich die Gesellschaft zum Guten geführt. Das nimmt natürlich gerne jeder für sich in Anspruch, auch Mao und Stalin. Sie haben natürlich Blutbäde angerichtet, aber letztlich muss man sagen, haben sie eine Industrialisierung, ein Wandel der Gesellschaft, der Millionen Menschen aus der Armut geführt hat und letztlich zu Wohlstand. Und dann sieht man, wie schwierig das wird, jetzt eine Gesamtbilanz zu ziehen, dass er viele umgebracht hat, um etwas Gutes zu tun letztlich. Das sind jetzt alles Grenzfälle, aber in Grenzfällen kann man immer so schön sehen, wie man was auseinanderhalten kann. Im Prinzip kann es auch im Einzelfall so sein, dass jemand ein wohlwollender Herrscher ist, das war ja eigentlich die platonische Idee, dass man die Philosophen als Herrscher, Platon war kein Demokrat, Platon war heute eine autoritäre Herrschaft von Philosophen und er machte die Annahme, dass die Philosophen völlig uneigennützig, frei von Gier, frei von Machtgefühl sind, völlig uneigennützig, das Wohl der Gemeinschaft vertreten. Das wäre sozusagen der Idealfall von dem, was sie ansprechen. Lassen Sie uns noch ganz kurz auf den zentralen Begriff, die Leitidee, nennen Sie es auch Demokratie sprechen. Es gibt ja kaum einen Begriff in der Politik, auch ganz aktuell, der strahlender und der strahlender konnotiert wäre oder positiver konnotiert wäre als Demokratie. Es ist auch nicht ganz einfach in den heutigen Zeiten darüber zu reden, glaube ich, zu sprechen, zu diskutieren. Sie sagen aber, es ist eigentlich eine Vogelpackung. Demokratie ist toll, aber so wie es, wie das, was dahinter steckt, ist eigentlich eine Vogelpackung. Was ist die Vogelpackung dabei? Das folgt eigentlich auch schon aus dem Begriff der Demokratie, weil Demokratie ist eigentlich, und so war es in der Antike auch erfunden worden, Demokratie ist die radikalste Einschränkung von Macht, die es gibt. Nämlich die vollständige Kontrolle und Rechenschaftspflicht von jeder Form von Macht gegenüber der gesellschaftlichen Basis. Das war die eigentliche Demokratie, war gedacht. Ja, gegenüber der gesellschaftlichen Basis, aber wenn sich die athenische Demokratie anschaut, da hatten Ausländer beispielsweise kein Recht mitzustimmen und Athen hat sich dann sehr schnell imperialistisch betätigt und andere griechische Polis zu unterwerfen versucht. Also diese Demokratie hat nach innen sicherlich eine Beschränkung von Macht bedeutet, aber nach außen zu einem zusätzlichen Expansionsdrang geführt, der in der griechischen Staatenwelt ziemlich beispiellos war. Gerade das oligarchisch regierte Sparta war dann das Symbol für die Freiheit und Selbstbestimmung der Polis und Athen war quasi wie ja war der große imperialistische Aggressor, der jeden anderen unter seine Fuchtel zu bekommen versuchte. gerade da hat sich diese Zweischneidigkeit sehr schön gezeigt. Das weiß heute auch keiner mehr, hat man auch aus dem öffentlichen Gedächtnis getilgt. Demokratie ist die härteste Form der Elitenkontrolle, die es gibt. Es ging darum, eine Elitenverkommenheit und die Bildung parasitärer Eliten zu verhindern. Das ist die eigentliche Idee von Demokratie. Demokratie fand nie jemand attraktiv von den Mächtigen. Demokratie war natürlich für die Macht Unterworfenen immer attraktiv, weil Demokratie genau seine Quellen darin hat. Niemand möchte dem Willen eines anderen unterworfen werden. Niemand. Das ist Demokratie. Das ist aber die Idee, die wird von den Mächtigen bekämpft und gehasst. Denn warum sollten die Mächtigen ihre Macht in irgendeiner Weise einschränken lassen? Deswegen ist es eigentlich schon in der Logik des Begriffs völlig unlogisch, dass irgendein Mächtiger ein Loblied der Demokratie singt. Wenn also, wie Sie sagen heute, die Absurdität eintritt, dass die Mächtigen und die Macht Unterworfenen gemeinsam das hohe Lied der Demokratie singen, dann muss das eine Mogelpackung sein. Kein Mächtiger wird sagen, das ist super, Leute, schränkt doch mal bitte meine Macht ein. Es hat ja vor ein paar Monaten jetzt die Verabschiedung des Demokratiefördergesetzes gegeben. Das ist Orwelsch. Demokratie entwickelt sich also noch, kann sich noch ein bisschen entwickeln, kann noch gefördert werden. Die Idee ist absurd, dass irgendwelche Leute, die Macht haben, auch nur das geringste Interesse an Demokratieförderung haben. Das heißt, unser Konzept von Demokratie ist heute so weit degeneriert, dass der größte Teil der Bevölkerung überhaupt nicht mehr weiß, wozu Demokratie eigentlich dient und warum sie entstanden ist. Die haben schon längst geschluckt, dass Demokratie heute das Gegenteil von dem bedeutet, was sie ganz Orwelsch, Krieg ist Frieden. Das Gegenteil von dem Im Chat fragt gerade einer, Moin, hatten in Athen denn Frauen und Sklaven auch Wahl? Nein, natürlich hatten die kein Wahlrecht. Also das dachte ich, verstünde sich von selbst, das brauchte ich gar nicht zu erwähnen, dass Frauen und Sklaven kein Wahlrecht haben. Das ist ja Ewigkeiten, auch in westlichen Demokratien so gewesen. Also auch in den meisten europäischen Staaten wurde das Wahlrecht für Frauen noch erst im 20. Jahrhundert eingeführt. Also das ist in vormodernen Gesellschaften eigentlich die Regel und nicht die Ausnahme gewesen, zumindest dort, wo es demokratische Versuche, also wo die ersten Demokratien entstanden sind. Und Sklaven, ja sagt der Name schon an sich, dass die im Besitz von jemand anderem sind, das dachte ich, läge dann auch in der Logik der Sache, dass die kein Wahlrecht hätten. Aber gut, dass du es nochmal ansprichst im Chat. ...bedeutet, was sie eigentlich, was sie eigentlich bedeuten soll. Und wenn Sie auf die Geschichte gucken, die Demokratie war vor zweieinhalbtausend Jahren, wurde die im Antennen der Artikel erfunden, in einem großen Abstraktionsschritt, war was ganz Tolles. Zweitausend Jahre, mehr als zweitausend Jahre lang galt die Demokratie unter allen Begüterten und allen Gebildeten und allen Mächtigen als etwas ganz, ganz Schlimmes. Wir haben zweitausend Jahre, gibt es wunderbare Bücher, die das nachzeichnen, zweitausend Jahre ein Hass aller Intellektuellen und aller Mächtigen auf die Demokratie. Dieses Buch zum Beispiel, Vor 250 Jahren passierte was Eigenes, was Eigenartiges. Plötzlich wurde die Demokratie von etwas ganz Schlimmem zu etwas Wunderbarem. So wunderbar, dass heute keine Nation mehr drauf verzichten möchte, kaum eine Nation möchte drauf verzichten, irgendwie auch Demokratie zu sein. Und Demokratie ist heute etwas so Wunderbares, dass allein nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen Menschen dafür umgebracht wurden, weil Demokratie etwas so Wunderbares ist, dass man doch ihnen die Demokratie bringen muss. Was ist eigentlich passiert? So, da das so 250 Jahre war, können wir es eigentlich ziemlich genau lokalisieren. Da hatten nämlich die Gründerväter der USA eine ganz tolle Idee, weil die sagten, Demokratie ist etwas, was im Volk eine Faszination entfaltet. Natürlich tut es das, denn niemand möchte dem Willen eines anderen unterworfen werden. Das Volk war immer begeistert über Demokratie. Jetzt sagten die Gründerväter, die waren ja alle Großgrundbesitzer, Sklavenhalter, Banker und so weiter und so weiter, die sagten, das ist Demokratie ist ein ganz tolles Wort. Das müssen wir einbauen. Da können wir nicht drauf verzichten. Das ist so toll, das könnte keine Marketingfirma für uns so toll entwerfen. Wir müssen jetzt nur, der Nachteil von Demokratie, hat der Apostolus ja auch schon rausgearbeitet, der Nachteil von Demokratie ist, dass in einer Demokratie die Mehrheit der Armen über die Minderheit der Reichen bestimmt. Und jetzt sagt der, einer der bedeutendsten, wirklich großen Gründerväter der USA, Madison, sagt, wir müssen die Demokratie so organisieren, dass die Minderheit der Besitzenden vor der Mehrheit der Nichtbesitzenden geschützt wird. Und dann sagt der Hamilton, ich habe ein ganz tolles Wort dafür, 1777, ich habe da ein ganz tolles Wort für, wir nennen das repräsentative Demokratie. Repräsentative Demokratie bedeutet nämlich, dass die reichen Eliten das Sagen haben und das Volk darf ab und zu mal ein Zettelchen in eine Urne werfen. Und ändern tut sich nichts. Das unterstreicht ein Zitat von Horst Köhler, vormalig Bundespräsident. Herr Mauswild, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, für Ihren Besuch. Und der Horst Köhler hat gesagt, zum Abschied sage ich das, die Menschen möchten ein Stück mitregieren, hat er gesagt. Und da fragt man sich natürlich, wer reagiert denn da sonst noch? Ja, das ist sicherlich ein interessantes Zitat, war eine interessante Reaktion. Lieber Westendverlag, auch wenn ich da jetzt nicht so viel reingequatscht habe, weil ich gar nicht so viel zu sagen hatte zu dem, was Rainer Maus für dich vorgetragen hat, ist ja immer so, dass er relativ langatmig, aber relativ interessante Dinge erklären kann und dementsprechend, ja, ist das eine etwas kürzere Reaktion geworden. Also folgt gerne dem Kanal des Westendverlags, kauft euch gerne das neue Buch von Rainer Mausfeld. Ich habe von ihm schon anderes gelesen, das hieß Tamtam und Tabu, das war auch relativ interessant. Ja, in dem Sinne, nochmal zum Abschluss, der Hinweis in eigener Sache, folgt mir bitte auf Rumble. Folgt mir bitte auf Odensee. Die Links zu meinen Kanälen auf Rumble und Odensee findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video hier und auch in der Kanalbeschreibung, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Dürfte also für euch kein Problem sein, mich auch dort zu finden. Wir müssen unabhängiger von den großen Tech-Plattformen werden. Dementsprechend, ja, wäre es ein erster Schritt, wenn ihr mich da zumindest abonnieren würdet. Sollte ich irgendwann nicht mehr auf YouTube sein, dann wird es dort auf jeden Fall weitergehen. Ich werde weiterhin Videos machen, weiterhin streamen, aber bei YouTube kann man ja nie wissen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.